Brauchst du gar nicht? Hab da meinen schon. Fuguju. Machen wir wieder 13 Submodule. 5 Leute. Oh, ich hab einen Roboter. Wunder. Kamera. Oh, hier. Oh ja, das können wir nämlich schlimmer machen. Und so. Und so. Haben wir uns für 500 Nieten geheilt vollständig. Bei so einer Chirurgen... Chirurgenstationen. Finde ich sehr toll. Da kommen wir uns immer hier heilen jetzt. Das ist nämlich sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da werden wir nämlich mal sparschauen und sparschauen und... Geht nämlich langsam zur Sache hier. Und mit meiner psionischen Waffe hier. Gibt's hier noch was? Hier steht eine Medizin. Ist das ja der Medizinsektor? Scheint so. Hm. Ich bin etwas aufgeregt, weil es für mich auch alles neu ist. Und blind. Ich bin nämlich jetzt wirklich etwas aufgeregt. Und wir haben es 30 Nieten... Oh, da kann man ja reparieren. Dann machen wir mal wieder funktionstüchtig einen Freund. Was verkauft er denn? Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Prismen... Na ja. Ist denn noch was anderes? Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich kann nicht mehr in den Zugangskarte nehmen. Ich kann nicht mehr in den Schacht nehmen. Ich kann nicht mehr in den Schacht nehmen. Hm... So, dann machen wir mal her. Komm mal runter, ihr Freund. Ich hätte die drüben auch nehmen können, strottel. Naja, ne. Ninja! Kein Ding. Die sind nämlich Psi. Da kann ich die nämlich hier weghauen mit meinem Doppel-EMP-Gewehr. Bäm ins Gesicht, sag ich da nur. Sind wir nütze? Hm. Das hier oben doch nicht. Ach, ich dachte schon, ne Kamera hier oben. Das Gründ ist... Oh, das ist doch ne Kamera. Das ist doch ne Kamera. Ein Lasertegen. Lololol. Wir kriegen hier diese... Oh, ich hab schon 24 Spillergranaten. Hofu. Neust du. Vom Norris, vom Chuck Norris. Vom Norris Chuck. Da muss ich mal vom Norris anhören. Ne, vom Suarez erstmal. Oh, wieso stürzt es mir das? Wieso stürzt es mir das ab? Oh, bis gleich. Meine Fresse. Ich versteh's nicht, warum sind wir jetzt immer abkackt. System Schock. Keine Ahnung. Ich frage mich was leichteres, warum das jetzt immer abkackt. Das ist doch nicht wahr. Irgendwie will mich heute System Schock ärgern. Ohne Scheiß. Das stürzt dauernd ab. Es ist jetzt mindestens schon das vierte Mal abgestürzt. Vieres stürzt das Problem ist es schockt. Vieres stürzt das. Sorge ich nur. Jetzt hör mich wirklich argern. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Übles. So. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Bequemlichkeit machen. So. Das ist echte Neuer und s'est mal sehen wie lange es jetzt durchhält. Irgendwie stürzt es das immer ab. Das finde ich voll moni toll. das gesicht jetzt noch ein ninja ein cyborg ninja der da hinten hockt zack keine chance keine chance gegen mein EMP-Gewehr und lange die Kamera hinten ausgeschaltet weil ich sie jetzt schon alles kenne wenn es mir nicht mehr abstürzen würde aber das sind halt die alten Spiele das sind halt die alten Spiele immer ich spüre natürlich jetzt erstmal Spaß an hier wenn es uns wieder abkacken sollte das sind wir wenigstens schon mal hier das sind halt die alten Spiele die immer dann solche Probleme verursachen das finde ich schon schade mein Traum Sie haben den zentralen Aufzug abgeschaltet was ist hier los letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum ich war allein in meiner Kabine aber plötzlich war nicht nur ich da sondern hundert ichs tausend ichs seltsamerweise war das ein schönes Gefühl ich verteile alles ganz ich gehörte dazu hoffentlich freue mich das heute wieder dass der gehört zu Ocean dazu Er hat sich so komisch angehört der gehört auf jeden Fall Ocean dazu zu dieser Masse ganz genau kannst du mir auch nicht erzählen Energie erschöpft Na toll Na toll Na toll Toxin Natürlich Toxin natürlich Ich hab nur eine Antitoxin Spritze Na toll Na toll Das ist eine Frage der Nichtfode So viele Leute Erstmal Kamera ausgeschaltet. Wo ist er denn? Ich höre auch einen ganz grossen Roboter. Ich höre sie zwar aber sehe sie gerade mal überhaupt nicht. Ich höre sie nicht. Oh shit! Nein natürlich ist das eine potentiale Bedrohung Oh, als hätte es nicht noch genug hier. Hm, natürlich. Und tot. Oh, wieder 5000 Ninjas. Fuh, fu, fu. Oh mein Gott, Alarm auszulösen, das ist jetzt so derbe. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss wirklich aufpassen, wo die scheiß Kameras sind. Und mich niemals von solchen Spinnen treffen lassen. Natürlich, jetzt habe ich es wieder, was ich die ganze Zeit gesucht habe, hier das Unterfurchtobjekt. Das habe ich keinen IR. Oh, fuck. War toll. Überwachungssystem aktiv. Sind los. Und die ganzen Waffen sind im Arsch. Sehr schön, das ist ja perfekt. Energie erschöpft. Echt, mein Öl ist perfekt. Und Energie ist Öl erschöpft. Das ist ja alles so perfekt, ey. Ich brauche mal wieder Energie hier. Mal kurz nochmal zurückgehen, ja. Zum Auftank. Generator. Also hier muss ich jetzt ja extrem vorsichtig sein, was jetzt hier so abgeht, das ist ja nicht mal schön, ey. Und das ist echt nicht mal schön, was hier alles abgeht. Da muss man ja... Du bist ja oft vorsichtig sein jetzt. Aber hatte ich nur hier. Vorsichtig sein. Ganz gesund bin ich noch. Wo war denn dieser scheiß Off-Lade-Dingens? Muss ich wirklich ganz zurückgehen? Na ja, muss ich oben. Ja. Ja, ihr seht nichts mehr. Huhu. Zum Glück dauert das nie lange, die... Lade-Sequenzen. Das ist immer... sehr positiv. Oh nein, oder? Ich will doch bloß... Ich will doch bloß so ne Auf-Lade-Station haben. Och ne, muss ich ganz zurückfahren, oder? Ach fuuuu. Oder? Muss ich ganz zurückfahren, ne? Das ist echt mal assi, ey. Ist nicht euer Ernst, ne? Nur um aufzuladen. Ah, sinnlos. War das jetzt hier oben, oder war das jetzt ganz, 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 ganz hinten? Das ist scheiß Off-Lade-Ding. Das war echt ganz hinten, na. Oh mein Gott. Was für ne Umstände, Mann. Was für ne Umstände. Das wird jetzt schon schwerer, das Spiel, wenn man nie weiß was auf ihn zukommt. Ist das schon, schon, schon krass. Und schon krass, wenn man nie weiß was auf ihn zukommt. Ach, dauert die Fahrt wieder so lange? Oh, da fahr ich überhaupt richtig. Ich weiß gar nicht, ob da vorne eine Tochter waren auf Leutkunde. Da ganz vorne. Oh, ich war echt wieder ganz zurück, ne? Oh, ich fehle jetzt so derbe. Ihr kriegt das auch noch live mit. Ich brauche Antitoxin-Spritzen hier, ey, das ist mir jetzt wichtiger. Das ist mir jetzt echt wichtiger, die Antitoxin-Spritzen. Ey, geißen Scheiß. Spinn. Ihr seht jetzt live mein Gefähle hier in System Shock 2. Ha. Ihr seht das Gefähle. Live. Und in Farbe. Von mir. Vom Shouji-Kun. Seht ihr jetzt, wie ich hier fehle in System Shock 2. Weil ich nie wies, wie es jetzt auf mich zukommt. Und das alles gerade extrem derbstorte ist. Na ja. Mal sehen, wie ich das alles überlebe hier. Mit den übissen Waffen, die mal Null haben an... Ist eh nicht, dass die Pistole, die hat nur 6. Die hat nur 6 gut. Hm. Na ja, mal sehen, wie ich das jetzt überlebe. Hallo? Ne, überlebe. Hm. Na ja, mal sehen, wie ich das jetzt überlebe. Ist der wieder da von vorhin? Oh, oh, oh. Da wär ich doch mal Spaß, oder? Aber bloß Quick Load machen hier. Quick Save. Quick Save sag ich nicht. Quick Load. Quick Save. Wetten, wenn ich jetzt in den anderen Bereich reingehe, ist wieder alles da. Oh, das wär auch so fu. Oh ja. Die Schwierigkeit hat angezogen. Von dem Spiel. Ist jetzt nicht mehr alles so easy peasy. Ne, hier ist nichts. Es ist erstaunt mich aber, dass hier nichts ist. Ich möchte mal gerne, was ist denn das hier? Fusionskanone? Da brauche ich schwer von 6. Der hat bestimmt auch übers rein, die Fusionskanone. Wenigstens hab ich noch 2 Waffen, die heilewegs einigermaßen funktionieren. Und das schon ist oben hier. Von sohers. Ich hab noch mal in den Schock betrieben drin, ne? Ich muss noch mal so was anhören, was der noch zu sagen hat. Mann, Norris hat mir schon, ne? Mein Traum, blablub. Und, oh, irgendwie so. Und Probleme mit der Kapsel lässt man im süßen Schock zu abkratzen. So.